naja wir haben es überlebt irgendwie mehr oder weniger so ach so ich muss mal gucken wo müssen wir überhaupt lang da hinten zum büchsen machen ich drücke jetzt automatisch wenn ich das spiel gestartet habe wenn das steht macht dich bereits schon die null irgendwie so und denke so her habe ich die null gedrückt zum aufnehmen aber funktioniert super alter ein schuss ja muss nur den kopf treffen ja dann geht's ja schön das war was ja immer der hinweis wächter die treppe mal wieder hoch ich folge dir mal unauffällig das ist gut da hinten ist noch so ein oh noch ein feuertyp vorsicht vorsicht stimmt da hinten ist noch einer weil ich habe vergessen dass ich nicht mehr so schnell schießen kann ja das ist natürlich scheiße so drücken wir nebenbei mal er fürs aufladen da ist munition sehr gut super super hinter die dritte 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 kommen wir hier lang boah oh wie sich abduckt ja links von uns da sind gegner doch ich habe mich erledigt schade ich habe es oft so oft auf ihn geschossen aber keine chance war super Alter, ich treff den ja gar nicht Na, musst du gucken, die sind zu zweit Ja Schweine Alter, wie sie einschlägt Was sind denn jetzt, die Assis? Ach da Oh oh Nicht gut Aber sehr mutig, muss ich sagen Von den Jungs Das ist ja auch kein Wunder Oh oh, da ist der andere Oh, das hat wir getan Ich bin gleich durch Ja, schade Alter, die waren auch gar nicht schlecht Ja Aber auch wieder Stufe 1 Also, was ist denn da los?